Seit 13 Jahren gibt es den Brotstadel in Altusried. Doch heute am 1. September 2016 ist alles anders. Es gibt den neuen Brotstadel. Schön ist er geworden, räumlich, optisch größer und modern. Nette Bedienungen, netten Service und natürlich gleichbleibende Brotqualität und Brötchenqualität. E-Kaffee zum Treffen, zum Anfassen. Mit tollen kleinen Frühstücksportionen und mit allem, was den Morgen versüßt für Morgenwuffler. Schön ist er geworden, der Brotstadel in Altusried. Wir freuen uns, dass es ihn gibt. Vor 13 Jahren hat es begonnen. Heute in Echtzeit, wie gesagt, modern, neu, für alle Generationen. Und der Kaffee schmeckt immer noch gleich wie früher. Mir gefällt der neue Brotstadel. Und der Kaffee schmeckt immer noch gleich wie früher.